Beziehungsweise... Eigentlich hat es reicht nur die zwei gruppiert, weil der Weg ist da ja eigentlich viel zu weit. Beziehungsweise... So... Ja, das mit der Gruppierung ist so... Vielleicht machen wir hier auch noch eine Haltestelle hin... Eins gehen würde hier... So... Gruppierung nochmal aufheben und dann gruppieren wir nur die zwei... Eigentlich könnte man die fast wegreißen... Egal, wir lassen es einfach mal... So... Jetzt brauche ich natürlich hier noch Haltestellen für die zweite Linie... Und zwar die kommt dann hier runter... So... 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 Und zwar der 40er... Oh, hier fehlen Gleise... Da fehlen Gleise... Okay, die kommt hier hoch... Zack, zack, zack... Genau, dann führt sie hier rum... So... Jetzt brauchen wir natürlich noch einen Umsteigepunkt... Die ist eigentlich überflüssig... So... Kann ich doch fast mal behaupten... Und die... Auf... Die eigentlich auch hier... Na, den... Den Halt kann man so eigentlich sparen hier... Braucht bloß Zeit... Dann... Vielleicht, ich setze die hier einfach ein Stück weiter hoch. Ähm, wenn es gehen würde, oder ich mache es anders, ich setze da eine hin und hier noch eine, so, und dann nochmal hier, gruppieren mit der, so, dann können die Leute da umsteigen. Genau, hier ist der Umsteigepunkt in die andere Bahn. Ah, da fährt schon ein Auto. So, dann wollen wir mal, muss ich hier oben noch die Straße ausbauen und dann hauen wir da ein Ramm-Depot hin. Ne, dann mache ich es ja unten hin. So, ähm, dann wollen wir mal loskaufen. Also, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Achso, ich habe noch gar keine Linie. Pause. So, wir brauchen auf jeden Fall zwei neue Linien. So, einmal die blaue, einmal die pinke. Das gibt dann Eitrang S1 und Eitrang S2. So, also. Ähm, können wir lassen, das mal hier wegklicken. So, also, wir starten hier. Hier, fahren wir hier links runter. Machen hier einen Doppelhalt. Oh, hoppla. Schon was falsch. Hier, muss man natürlich auch noch halten, in der Mozartstraße. Dann nochmal in der Mozartstraße. Dann im Kirchweg. Dann hier. Dann hier hoch. Hier. 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 Und hier. Und dann hier. Und dann sind wir einmal rum. Das war D. Und… Das war D… Lass auch erst mal eins. Jetzt muss ich einmal geschwind gucken… Der Halt hier mitgenommen… Ja. lassen wir mal trotzdem auf dann kann man die schon mal los schicken die s1 klicken und dann da starten wir einfach hier 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 so lassen wir einmal rum und da kaufen wir mal 5 1 2 3 4 5 und dass die s2 damit weg weg noch sichtbare kontakt jetzt hingelegt hier dann lassen wir mal laufen und gucken mal oh yes hier laufen echt noch so viele leute wahnsinn alle müssen natürlich von dem wohngebiet hier nach hier unten zum arbeiten also jetzt verteilen sich die bahnen so langsam so jetzt haben wir hier gleich viermal neue häuser 5 6 7 werden vergrößert hier hat sich auch direkt jemand angesiedelt ja läuft auf jeden fall erstmal so dann gucken wir noch am nächsten und zwar rehfelde hier ist natürlich mit der brücke so da bietet sich natürlich da könnte man fast drei linien machen eine hier den bereich abdeckt sehen wo aus eine hier vielleicht sogar so zack und hier und dann hier eine die das hier abdeckt werden wir direkt mal mit straßen versorgen busspur das ist natürlich jetzt ätzend hier auch wenn ich ohne busspur da ich mit busspur nicht arbeite ist eigentlich quatsch so jetzt werden wir auf jeden fall mal hier das ganze ausbauen so wie ich mir das jetzt mal vorstelle so jetzt macht es natürlich eventuell dass man so fährt und uns also blöd also hier fahren dann hier ein abstecher dann wieder raus dann hier rein dann hier nur im kreis fahren obwohl das ist noch so klein wahrscheinlich könnte man auch wirklich nur im kreis fahren wenn die leute gehen wahrscheinlich wenn ich jetzt hier jeweils an den ecken haltestellen hinsetze dann müssten die wahrscheinlich schon dahin laufen jeweils an den ecken hier ähm so also auf jeden fall mal hier eine und da ähm 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 ähm